Der Ursprungsbau der heutigen Laurentiuskirche steht jedoch in engem Zusammenhang mit der Regentschaft Ludwigs des Deutschen. Nach dem Tode seines Vaters Ludwig des Frommen 840 flammten alte Konflikte um die Erbfolge und die Teilung des Reiches erneut auf. Erst 843 kam man mit dem Vertrag von Verdun zu einer Einigung. Karl der Kahle, jüngster der drei Söhne Ludwigs des Frommen, erhielt das Westreich, Grundstein des heutigen Frankreichs. Der älteste Sohn Lothar, der auch die Kaiserwürde innehatte, erhielt das Mittelreich, auch bekannt als Lotharingien, und damit auch Orte wie Aachen. Ludwig der Deutsche das Ostreich, bestehend aus den Gebieten östlich des Rheins sowie dem Gebiet um Worms und Mainz. Ohne prestigeträchtige Orte wie etwa Aachen und dem im Westen gut ausgebauten System an Pfalzen und Königshöfen war Ludwig der Deutsche gezwungen, das bisher vernachlässigte Ostreich auszubauen. Nun erfolgt ein weitgehender Abbruch der alten karolingischen Basilika, die sich wahrscheinlich in schlechtem Zustand befand. Jedoch wird der größte Teil des karolingischen Langhauses als Grundlage des Neubaus, der sich weiterhin an den Fundamenten der karolingischen Basilika orientieren sollte, beibehalten. Im Westen entsteht dabei ein niedrigeres, sich an der Breite der Schiffe orientierendes Querhaus, das mit den Seitenschiffen im Verbund gemauert ist. Unklar ist, ob der neue Westbau einen Turm besaß, wie es häufig in älteren Rekonstruktionen zu sehen ist, oder als Verlängerung des Langhauses durchlaufend war.